Die Schlempfe anrufen. Hallo? Ich habe gehört, du willst einen Polizisten heiraten. Ich wollte dir nur Glückwunsch sagen. Wer sagt denn sowas? Äh, habe ich so gehört. Aufgestappt. Ja, das stimmt aber gar nicht. Ah. Na gut. Ähm, ja. Gut, dann ist mein Herz jetzt nicht mehr gebrochen. Was? Dann ist mein Herz jetzt nicht mehr gebrochen. Gut. War dein Herz gebrochen? Ja, ich dachte mir krass. Das ist das erste Mal, dass ich so hart gefliegt werde, aber so ist das halt im Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, das stimmt. Oh, es ist so laut. Was machst du? Ich stehe am PD. Ich habe mir ein Taxi gerufen. Lea befriedigt gerade Lea. Wer? Lea hat gerade Lea befriedigt und erst gekommen. Die Lea, die ich denke? Ja. Ah, das freut mich. Schön, schön. Ja. Ey, was macht ihr denn da hinten auf der Bank? Ähm, wie stehst du mit Vanilla? Super. Beste Freunde. Hast du eine Rechnung mit Vanilla offen, Kevin? Ja, tausende, tausende. Wir haben ihn gerade entführt, ganz alleine. Ist er noch bei euch? In den Festen oder wie? Nein, ohne seine Hunde, meine ich. Was? Willst du irgendwas ihm antun oder würdest du dann hier mit seinen Leuten aufschlagen? Ich würde ihm nichts antun, ne? Nichts antun? Ne, gar nichts. Okay, dann egal. Tschüss. Tschüss. Taxi kommt gleich. Hallo. Wo soll's denn hingehen? Ähm, Moment, ich schau mal. Ach. Ja, super. Ey, das kann nicht wahr sein. Äh, am besten einmal zu einer ATM, Sir. Ja, und dann zurück zur Verwahrstellung. Ja, genau. Ich, tu, tu mir leid. Ich hab, also Sir, mein Auto war gerade eben wirklich noch am, am, äh, am, am Park, Sir. Am Park. So, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ja? Vielen Dank, Sir. Bis dann. Und fertig. Wir sollten an der Cover sein, Schatz. Ach, Marcel. Ja, hallo. Wie steht dein Verhältnis zu Vanilla? Äh, ich hasse ihn. Aber ich mag ihn auch. Das ist wie bei dir eigentlich. Okay. Willst du ihn haben? Ach, Bro. Du schickst mir jetzt den Standort, dann komm ich vorbei, dann bin ich hier geguckt, ja. Nein, 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 nein. Äh, stell, ich geh irgendwo hin, wo öffentlich ist. Ich schmeiß ihn auf dem Auto, aus dem Auto mit Handschellen und du kannst ihn haben. Real Talk. Real Talk, ja. Dann, wenn du, wenn du das ernst meinst, dann schulde ich dir was. Ich meine das tot ernst. Ich meine das tot ernst. Dann schulde ich dir was. Du musst du, hör zu, äh, komm zum Parkdeck. Rotes. Wir steigen, rotes Parkdeck, genau. Komm da hin, ich lasse ihn aussteigen vom Auto, du setzt ihn in dein Auto rein und kannst wegfahren. Boah, wenn er in meinem Auto sitzt, wäre er geisteskrank. Ich verspreche dir das, okay? Komm zum roten Parkdeck. Ich komme, rotes Parkdeck. Bis gleich. Ja, klar, bis gleich. Eins in den Chat, wer denkt, es ist Falle, zwei, wer sagt, es ist Real. Schnell. Eins, wenn er sagt, Falle. Zwei, wenn, äh, wenn er sagt, es ist, also eins ist Falle, zwei ist Real. Ich bin rotes Parkhaus, ganz oben. Jo, komme gleich. Notfalls muss ich da hin. Also im äußersten Notfall, wenn die schießen, muss ich da rüber. Im äußersten Notfall. Wo bleibst du? Irgendwo stimmt hier nicht. Ja, wir haben ein Problem. Was ist los? Dauert fünf Minuten noch, ja? Ich dachte, du hast den. Ich habe ihn, ja. Ich habe eine kleine Geschwindigkeit. Ich komme sofort. Marcel, wirklich, du bist schlecht im Lügen und deine Penis sind scheiße. Ich bringe ihn dir wirklich, Mann. Entspann dich. Ja, okay. Jetzt müssen wir noch überlegen. Jetzt machen die noch so. Ja, und dann machst du so. Und Vanilla, du musst dann so machen. Ah, er kann mich... Oh, ist das bad. Oh, ist das bad. Jungs. Ihr könnt doch nicht versuchen, mich zu ficken. Was für Trottel. Er sagte, Vanilla war gefesselt. Vanilla konnte auflegen. Vanilla kann nicht auflegen, wenn er gefesselt wäre. Ergo, das ist eine Falle. Ergo, ich verpiss mich. Nicht mit dem Lord. Ich kann mich auch eigentlich dumm stellen. Ja, Hilsen? Herr Dalton, wollen Sie ein paar Verbrecher ficken? Äh, ich bin, glaube ich, sogar gerade dabei. Aber was noch? Also, sind Sie gerade Marcel Heeres am ficken und Vanilla? Äh, kann ich halt nicht dazu gerade äußern. Also, angenommen, die sind's. Dann viel Spaß. Angenommen. Wenn die's nicht sind, dann bräuchte ich, äh, sie, wie sie sich am roten Parkhaus hier verstecken. Marcel Heeres hat mich angerufen und meinte, ich hab Vanilla entführt. Ich kann ihn dir bringen. Ich so, ja, bring mal. Da hab ich Vanilla angerufen. Er hat mich weggedrückt. Das heißt, der ist auf jeden Fall nicht gefesselt. Das heißt, die wollen mich ficken. Äh, kannst du ein Dispatch machen und ich sag Bescheid, dass die sich dort verstecken sollen? Okay, also ich, ich zieh den Plan durch. Also, rotes Parkhaus und die Cops sollen sich da verstecken. Ja, irgendwie. Auf keinen, also noch ist keiner hier. Wir warten einfach in der Nähe. Dann mach, soweit es ist, einfach ein Dispatch. Mach den Text einfach schon ready. Du sagst, du nur noch senden musst. Okay, okay. Dispatch ist bereits. Sobald die da sind, schick ich ab. Alles klar. Ja? Wo bleibst du? Ich bin immer noch hier, ganz oben. Der ist entkommen, der Ursohn. Wie, der ist entkommen? Der ist entkommen. Guck mal, Marcel. Der ist entkommen. Ich weiß, dass du einen schlechten Plan hattest. Wieso kommen hier Cops, Kevin? Kannst du mir das erklären? Wie? Warum fahren hier irgendwo im Wald Cops hier hin? Erklär mir das mal. Guck mal, Marcel. Das Ding ist... Als du meintest, du hast Vanilla entführt und er ist gefesselt in deinem Auto, hab ich ihn angerufen und hab mich weggedrückt. Wie konnte er mich wegdrücken, wenn du ihn noch gefesselt hast in deinem Auto? Marcel, denkst du, ich bin blöd? Denkst du, du kommst auch nur ansatzweise gegen mich an? Denk dir was Besseres aus, du Vollidiot. Ach komm, Marcel. Lass dir was besser aus sein. Du kriegst mich eh nicht von den Sonnen. Bleib lieber stehen. Vertraue mir, bleib stehen. Ich schieße sonst. Bleib stehen. Du hast zwei Platten. Ich komm auch mit zwei Platten auch weg. Ich komm auch mit euch. Steigen sie aus. Ende nach oben. Steigen sie aus. Was ist denn mit euch los? Ende nach oben. Steigen sie bei uns rein. Steigen sie ein. Lass du schon's. Steig ein. Lass du schon's. Steig schneller ein. Einsteig in. Steig ein. Ja, hallo. Ach, immer die Frauen, Alter. Das geht mir so auf den Sack. Jungs, ich hab Kevin. Amelie, wo steckst du? Was machst du da? So. Minion, du steigst jetzt erstmal raus. Dann gehst du aus. Das ist Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch, ich wirst du gesagt. Hände hoch. Ja, tschüt, 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 tschüt. Wie, du hast keine Waffe mehr? Wo ist deine Waffe? Amelie, willst du mich verarschen, Decker? Wo kann denn deine Waffe hingegangen sein? Wie, weg? Redet doch Deutsch mit mir. Wo, weg? Ey, ey, wie konntest du beim MD landen? Also jetzt hören wir mal genau zu, du dreckiger, kleiner, dummer Scheiß-Husensohn, ja? Irgendwer von deinen Scheiß-Piffen, den Scheiß-Drecks-Leutnanten, Marcel, er hat diesem Scheiß-Drecks-Vanilla ne Scheiß-Waffe gegeben. Ja, warte, ich komm auch. Setz den wieder rein. Komm, wir gehen rein. Los. Pass auf deine Erdse auf. Los. Warte mit dem Einsteigen. Warte. Warte mit dem Einsteigen. Warte. Ist es ihr ernst? Amelie, wir kommen in der MD. Nein, muss ich stehen. Ja, super. Ist es ihr ernst? Nein, muss ich stehen. Ja, super. Super. Hände hoch. Hände hoch, du Schwanz. Dann muss ich vergessen, wie oft ich sie schon gerettet habe. Du gehst jetzt ins Auto. Und machst den Motor an. Fährst du los, erschieße ich dich. Finde du dich. Ich schieße wieder an den Kopf, ich sehe jetzt. Ich bin tatsächlich frei. Okay. Ich konnte... Haben Sie den, äh... Heeres gesehen? Äh, nee. Wir haben nur ein Fahrzeug gefunden und eine beruflose Person davor. Was für ein Fahrzeug? Ist das ein hellroter Mercedes? Nein, nein. Ich meine, von deinem Fahrzeug haben wir nur gesehen. Die alte... Der alte... Der alte Mai-Bahn. Ja, genau, genau. Da wurde ich eingepackt. Und dann hat... Also, der Fahrer hatte einen Helm auf. Keine Ahnung. Heeres... Äh... Pistole. Der bedroht mich, bla bla. Dieser andere Fahrer mit dem... Mit diesem, äh... Helm. Also, Sie sagen, das war der Heeres. Ihr Hund... Ja, einmal... Einmal Prozent. Der müsste auch eigentlich noch da, an dem letzten Standort, den ich geschickt habe, müsste eigentlich noch liegen. Ich habe dir nämlich dann ein Dings gegeben. Ein Schlag auf den Hinterkopf. Dann ist der Fahrer abgehauen. Ich bin auch abgehauen. Hab Taxi jetzt gerufen. Ja. Alles klar. Alles klar. Das klären wir jetzt. Okay. Okay. Wenn du mir für heute ein Wort gibst, dass wir ein Team sind, dann sind wir ein Team. Wir sind ein Team. Das Ding ist durch von meiner Seite. Guck mal, du hast mich angefahren. Ich habe dich angefahren. Weißt du? Liam hat sich als Vanilla versteckt. Die hatten mich da oben und haben gesagt, warte mal, warte mal, bevor wir da runterfahren und Vanilla Kevin ausliefern, weil du wolltest mich ja haben. Ich bin hier, ich bin hier, Taxi. Die haben gesagt, bring den Liam da hin. Der wird eh denken, dass das Vanilla ist. Taxi, hallo. Und dann pack Kevin ein, haben die gesagt. Hier, hier. Warte, Vanilla. Ich mag hier hin, wo sie hinfahren, okay, Taxi? Ja, alles klar. Wenn du heute sagst, wenn du da einpacken wolltest. Ja, ja, Heeres, 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 weiß ich doch. Nein, nein, das kam nicht von Heeres. Sondern? Von Amelie kam das. Die will mich einpacken lassen? Warum? Ja, guck mal. Erstmal wollte, hat Marcel, wir haben irgendwie mit dir telefoniert. Und dann meintest du, glaube ich, dass er mich an dich übergeben soll. Da meinte Marcel, komm, wir setzen Vanilla ins Auto und wir bringen den Dings. Ja, Amelie meinte auch irgendwie, die meinte irgendwie, ja, wenn ich Vanilla hab, würdest du den schlagen wollen? Ich so, nee, eigentlich nicht. Und hat sie aufgelegt. Genau dann, wo Marcel gesagt hat, lasst Vanilla dahin bringen, hat Amelie gesagt, nein, warte, bring diesen Liam dahin. Liam war zu dem Zeitpunkt bewusstlos, aber der hatte sich angezogen, weh ich, komplett mit Haaren und alles. Er war ein Klon von mir. Er hat gesagt, nein, warte, bring einfach Liam dahin. Und dann, wenn ihr da seid und euch mit Kevin trifft, packt einfach Kevin ein und bringt den her. Ja, aber wieso will ich mich denn einpacken? Tja, Kevin, das sind nicht deine Freunde, das sind deine Feinde. Das will ich dir damit sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch glauben kann. Du bist ein richtiger 31er leider. Dann such doch Liam und guck mal, wie er angezogen ist, bevor er sich wieder umkleidet. Ja, warte mal ganz kurz, ich glaube dir, das denkst du dir nicht auf. Oh Gott, ja gut, also wenn du willst, ich kann dir mein Wort jetzt hier am Telefon geben, dass wir für heute zumindest zusammenhalten. Ja, also mein Wort hast du auch. Ich werde Amelie einpacken und ich bring sie dir, die Schlampe. Oh nee, das machst du. Warte mal, das ist ein Move von dir. Gut, dann bring ich sie dir nicht an, dann erschieße ich sie und bring dir die Leiche. Also nein, guck mal, ich würde schon gerne hinkommen und sagen, du kleine F***st, wann wolltest du mich einpacken? Vielen, vielen Dank, der Herr. Ich komme eh ohne Knarre, du weißt. Ich bin immer ohne Knarre. Alles klar, wir sehen uns. Okay. Danke. Guten Abend noch. Danke Ihnen. Hallo. Hallo Sky. Schätzchen, das war schon so, wie es Amelie gesagt hat. Wir haben Vanilla entführt und dieser Pitch ist entwischt, weil wir eine Ratte bei uns hatten. Wir glauben, es war Steve. Warum sieht dann Liam genauso aus wie Vanilla? Das war eigentlich ein Joke. Es war so, wir waren im Kleidungsladen und Liam wollte sich Langeweile wie Vanilla anziehen, einfach um ihn zu trollen. Ähm, Lia und ich waren am Würfelpark, äh, Central Park und haben da Dings gesehen, Vanilla. Und er hat gemeint, er will Marcel Heeres ficken. Und ich habe gesagt, ja komm mit, wir wollen ihn auch ficken, der ist am Kleidungsladen. Ist mitgekommen und dann haben wir ihn da direkt eingepackt, sind irgendwo nach Palito gefahren, hatten ihn da, dann haben sich diese beschissenen Seile gelöst und er ist weggelaufen und hatte dann aber dabei noch ein Handy. Das heißt, einer von uns hat ihm ein Handy zugesteckt, weil wir haben ihn alles abgenommen und wir glauben, dass es Steve war. Äh, also das Ding ist, Steve und Marcel haben mich entführt. Ja. Und Marcel hat vor meinen Augen mit Amelie gefunkt. Er meinte, ich habe ihn jetzt. Ja, ja, er hat gefunkt, aber es war nicht unser Plan, dich einzupacken. Also eigentlich, ich dachte, wir sollten, wir wollten Vanilla zu dir bringen. Ähm, warte, 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 Amelie, hat der Amelie redet und die, was soll ich ihm sagen? Sie hat dich sogar, sie hat dich ja sogar angerufen und gefragt, ob du Vanilla haben willst, ob du ihm was antun willst. Ja, genau, genau, also. Genau, wir wollten ihn zu dir bringen eigentlich und das wollte doch Marcel. Und dann haben wir auf einmal den Funk bekommen. Ey, ich habe Kevin, ich habe keine Ahnung, ob er dich hatte. Vanilla hat mir alles erzählt. Vertraue diesen F*** nicht, sie wollten dir einen Fake-Vanilla bringen und dich auch einpacken. Liam hat sich als Fake-Vanilla verkleidet. Lass dich nicht in das Licht führen, Kevin. Du und ich, wir sind ein Team. Das stimmt nicht. Kevin, sag ich dumm. Dass du deinen anderen gegenüber vielleicht misstäusch bist, ja, aber ich liebe dich. Dann wird besser. Bist du, bist du nur gierig, wenn du nur gierig auf die Waffe bist, dann sagst. Dann behalte sie dir, dann schiebe sie dir in den Arachen, ehrlich. Aber tu nicht so, als ob du uns nicht glauben würdest. Also ich, ich schieße eine Waffe. Also das Ding ist, es geht mir nicht um die Waffe, aber ich glaube, Amelie wirklich nicht. Du kannst Amelie nicht glauben, aber dann glaub mir, weil ich habe dich doch kein einziges Mal angelogen. Wieso hat mich dann Marcel entführt und auf mich geschossen? Weil er einen Peach schießt. Marcel schießt das alles, er ist einfach dumm. Wir haben heute den ganzen Tag versucht, mit dem Pedila abzuziehen. Er ist unberechenbar, mit dem kannst du nicht arbeiten. Er macht irgendwas. Und in dem Fall lügt dich Amelie nicht an. Auch wenn du ihr nicht vertraust, aber sie lügt dich nicht an. Wo bist du jetzt? Ich bin ein bisschen am rumcruisen. Ja, wir sind auch gerade, also wir sind in der Nähe von Rheinwood, in der Nähe vom Golfplatz. Wir müssen uns jetzt mal darum kümmern und rausfinden, wer die Ratte bei uns ist. Oder was da passiert ist, dass Vanille einfach eine Waffe hat, also ein Handy hatte. Am Golfplatz seid ihr? Nee, Golfplatz bei diesem Hotel da. Hotel, 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 Hotel. Aber es braucht gar nicht herkommen, aber wir fahren jetzt weiter. Wir müssen jetzt, ich muss jetzt auch mal die MD und so weiter rausfinden, was los ist. Okay, bis dann. Bis dann später, ciao. Kevin. Ey, ich habe gerade, lass Marcel wirklich f*** jetzt. Guck mal, du, ich, wir machen ein Dream Team und du darfst mich nur nicht hintergehen und wir f*** den jetzt noch. Vanilla, ich schwöre dir heute, ich bin dein Mann. Jetzt werden wir die f*** in, Kevin. Ey, 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 gibt es irgendeinen Funk, gibt es irgendeinen Funk, ich brauche Funk. Ich schicke dir gleich einen Funk. Gut, ciao. Gib mir meine Waffe zurück. Hallo. Ich bin der größte H***, wenn ich dir jemals die Waffe zurückgebe. Die wirst du nie wiedersehen, nie wieder. Die ist in meinem Hotel und die wird nie wieder kommen. Ja? Du wirst sie nie wieder bekommen. Äh, Kevin. Äh, Marcel vor mir. Park, Park im Auto. Weißer Mercedes, Steve am Steuer. Geh rein. Wart, bleib dran. Die hauen ab, die hauen ab, die fahren Richtung, die fahren über die Brücke. Richtung, äh, nie ohne Osten, Richtung Osten. Ich bin schneller als die. Die haben keine gute Karre, sehr gut, die haben gechanged. Äh, altes PD. Central Park, Central Park. Altes PD, altes PD. Die hängen fest, die hängen fest, die hängen fest. Okay, alte PD-Garache, die hängen fest. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Die Karre von denen gleich kaputt. Und, unter, hinter PD. Die sind kaputt, die sind kaputt. Wo, 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 wo seid ihr? Wo seid ihr? Die sind ohne alles. Hinter PD, die sind kaputt, hinter PD. Unseren Tunnel. Willkommen, willkommen, willkommen. Soll ich direkt schießen oder was soll ich machen? Ja, erstmal die beiden Hände hoch. Hier ist niemand. Du, frei, frei. Die haben auch keine Waffen dabei. Jungs, hinter PD, deren Auto ist kaputt. Wir sind gleich da. Wir sind gerade bei Central Park vorbei. Die stehen auf, auf dem weißen, auf dem weißen Fahrzeug. Das blaue gehört nicht zu denen. Alles gut. Die können nichts machen, die können nichts machen. Die werden, die werden gleich auf jeden Fall dispelt. Nein, haben noch kein Handy raus. Haben noch kein Handy draußen. Okay, okay, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin jetzt beim Hotel vorbei. Und jetzt bin ich hinterm PD, hinterm PD-Gebäude. Ja, ich bin gleich da. Zehn Sekunden. Hinterm PD-Gebäude. Ja, ja, ja. Attack, attack, let's go. Stehenbleiben, ihr F***er. Stehenbleiben, ihr F***er. Stehenbleiben, ihr F***er. Stehenbleiben, ihr F***er. Stehenbleiben, du F***er. Sonst bist du tot. Stehenbleiben. Ey, wie kann man denn so dumm sein? Wie kann man denn so dumm sein? Wieso rennt der denn weg? Während du sagst... Wieso rennt der H***er denn weg? Ja, der hat Seide dabei. Ich nehme die Seide von dem mit. Die Dollar kann er bei heute noch nicht. Die Dollar kann er bei heute noch nicht. Ah, jetzt go. Scheiße. Das ist geil. Die müssen wir auch ficken, die blaue A-Klasse. Die hellblau? Nein, nein, das ist sie nicht, das ist sie nicht, das ist sie nicht. Ja. Vanilla, ich sage dir, wenn wir beide uns fusionieren und uns aufhören gegenseitig zu f***en, dann können wir alles auseinander nehmen, weil du hast krasse Pläne, aber die sind nicht nicht durchdacht und ich habe paranoides Denken und hinter... Maske, Maske, Bullen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Darüber sollten wir immer ernste Gespräche führen an deinem Anwesen. Ja, ich werde aber auf jeden Fall noch Amelie heute f***en. Ja, let's go, ich bin dabei. Komm mal, 666 Punkt. Ich bin drin. Ja, bin drin. Muss jemand noch MD? Ich bräuchte ein ganz kleines Plaster. Vielen Dank, Herr Benjis Mitarbeiter. Da, schöne Hand. Ich gehe kurz MD, ne, Pflaster holen. Ja, wir auch. Was ist denn mit Paul? Was sagt er? Ey, gehört dieser Paul zu euch? Nein, nicht mehr. Achso, okay, weil er... Ja, ja, Paul. Darum dachte ich... Ja, was geht? Ey, ich habe gerade erfahren, dass du ehemaliger Vanillabree bist. Ja, ehemalig. Oh Gott, was ist denn da passiert? Aber die Babyblaue-Aklasse ist doch hier. Ist eine lange Story, erzähl ich dir mal unter vier Augen. Ja, das ist dieser Vollidiot. Ja, dieser H***-Sohn. Also wenn ich schätzen müsste, dann bist du ein intelligenter Typ, der was ein Köpfchen hat? Ja, das Ding ist, da gab hinterher ein bisschen Probleme und der Typ ist mit seinen 15 Jahren ein bisschen Fallout gewesen. Die ganze Zeit über. Ja, und irgendwann dachte ich mir halt, dicker, entweder er oder ich. Und da Vanilla so sehr an ihn feststellt, dann komme ich nicht mehr. Äh, Kevin, Sky haben mit uns so stehen wohl oben am PD. Ja, Mann. Ey, ich meld mich bei dir, Paul. Ich muss kurz Pflaster holen. Wir reden morgen in Ruhe. Nein, du meld dich, wenn du was machst. Fertig. Hey, bist du das hier? Ach, da ist doch die F***er. Na, wie hat dir mein Bild gefallen, Vanilla? Hä? Wie hat dir mein Bild gefallen? Hör mal zu, du Vollidiot. Gut, euer Plan ist kläglich, kläglich gescheitert. Also, was wollt ihr von mir eh fotzen? Geht mal hinter mir weg, was ist das jetzt hier? Wie, was ist das jetzt hier? Bleibt da mal locker jetzt. Ja, warte mal, Kevin, was ist das jetzt? Worm wechselst du die Seiten? Ich wechsel nicht die Seiten, aber bleibt mal locker jetzt. Was hast du heute gemacht? Ich habe ja nichts von dir gehört, fast. Ja, ich kümmere mich jetzt um andere Sachen. Ich kann ja euch nicht mehr vertrauen. Wie, du kannst mir nicht mehr vertrauen? Liam, du chillst mit Leuten, die uns verkauft haben. Warum? Weil du mit dem Schwanz denkst, statt mit deinem Gehirn. Wer hat das denn verkauft? Lia. Wir haben doch Lia verkauft? Nein. Nein. Oh, das Original und die billige Kopie, ich verstehe. Das ist die Kopie. Naja, klar ist das die Kopie. Wer schämt sich schon, deswegen hat er der Käppie aufgezogen. Naja. Vanilla, Amelie meinte übrigens, du lügst. Äh, Amelie? Alles, also sie wollte mich nicht töten und so ein Shit. Hör mal zu, du geile F***, die ich unbedingt einmal nur f***en würde und danach nie wieder. Aber das Ding ist, Amelie, euer Plan, mich einzupacken, ist kläglich gescheitert. Das weißt du ja. Ja, weil Marcel dein Hauptfühler ist. Ja, weil die alle dumm sind. Und du in den Uren 31er bei uns hattest. Ist ja nicht so, dass Amelie auch eine Waffe hatte und wie eine dumme F*** eingestiegen ist. Ey, ich stehe nicht hinter mir oder du mein Arschloch leckst. Ey, Vanilla, du lebst, weil ich entschieden habe, dass du lebst. Ist dir das klar? Ey, Lia, wieso stehst du so hinter mir? Bist du eine Prostituierte, die mein Arschloch lecken will oder was ist von mir? Ja, das ist gut, den Spruch hast du gestern einstudiert, erzähl weiter jetzt. Amelie, was hast du gerade gesagt? Kannst du bitte wiederholen? Ne. Also, Amelie, was willst du denn hier machen? Willst du jetzt die Däumchen drehen oder willst du weitergehen? Du bist eher eine tote Frau. Ich mache hier gar nichts, ich chille. Du kriegst heute mal ausnahmsweise keine Kampfschaften. Also ganz kurz, Vanilla, du hast wirklich die Wahl gesagt, ne? Weil Amelie meinte, sie schwört, dass sie mich nicht töten wollte. Ich höre, ich höre. Nein, ich schwöre auf alles, ich schwöre auf alles, dass ich nicht... Vanilla, ich wollte den nicht einpacken. Was laberst du? Marcel wollte ihn einpacken. Aber das Ding ist, Marcel hat auch mit dir durchgefunkt während der Entführung. Also, das war schon ziemlich komisch. Warte, was geht gerade? Ich war doch auch dabei. Ja, weil Marcel einen anderen Plan hatte als wir, Mann. Also, ich erzähle mal die ganze Story, wie das war. Nein, 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 warte, warte. Ich bin mit meinem Auto am Central Park gefahren. Dann kommen diese Schlampen zu mir und ich sage, ey, ich suche Marcel. Die sagen, der ist beim Kleidungsladen. Also, fahre ich zum Kleidungsladen. Das Erste, was passiert ist, ich gehe in den Kleidungsladen rein und Marcel zieht sofort die Waffe und Lia sagt, ha, 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 du Idiot. Und Amelie so, ihr seid, du bist drauf eingefallen, ha, ha. Ja, wir wollten dich ja auch verholen. Dann packen die mich in deren Auto, fahren mich irgendwo hoch. Und dann ist Liam ausgestiegen. Der war bei den Frauen im Auto und wurde wie ein Vollidiot von der Fahrradtür umgenockt. Ja, weil die Frau gefahren ist. Die ist mir übers Bein gefahren. Ruhe, ruhe. Er wurde umgenockt. Dann hat Marcel hin und her telefoniert und gesagt, so, das reicht. Wir bringen jetzt Vanilla zu Kevin und das, dann kann er, dann, dann ist es dein Problem. Das stimmt. So weit stimmt alles. Dann, genau als ich einsteigen wollte, hat Amelie gesagt, nein, 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 nein. Stimmt auch. Stimmt auch, ja. Wir bringen Liam und dann packen wir Kevin ein. Nein, nein. Was? Nein, ich habe gesagt, wir bringen, wir bringen Liam den Fake dahin. Einfach. Warte, lass mich selber warten. Warte, lass mich selber warten. Oh, Xim, wie lass sie lügen, Kevin. Oh mein Gott, ich glaube dir, Vanilla. Ich glaube dir schon. Nein. Das macht keinen Sinn, was sie da erzählen. Oh Gott, jetzt echt verraten. Die hat sich wirklich verraten. Ich habe das nicht, okay, mir egal, denk, was du willst, ich hasse dich sowieso, Kevin. Guck mal, guck mal, siehst du das? Ja, boah, da ist Alfredo da jetzt keine Macht. So, Arme, klar. Vanilla, Vanilla. Sie hat keinen Grund, mich zu hassen. Sie hat mich einfach aus dem Nichts. Weil sie beim Lügen erwischt wurde. Oha, warum, hä, warum? Vanilla, ich sag dir ehrlich, wir sollten wirklich mal morgen in deinem Anwesen sprechen. Ja, definitiv. Weil mit deiner Planungsfähigkeit und meiner paranoiden... Sag das aber doch nicht neben dieser F***e hier rechts, die außen ich. Liam ist eigentlich korrekt. Liam ist eigentlich korrekt. Aber ich wollte gerade sagen, warum zieht ihr mich jetzt hier wieder in? Guck mal, das Ding ist korrekt. Der hat sich einfach ohne Grund angezogen, wie mich in meinem Namen Stress zu machen. Nein, der hat das doch gelabert. Du musst verstehen, er ist ein Mann. Er ist sehr notgeil, der hat lange nicht gewichst. Wie kann ich sagen, Liam, dass diese F***e Lia da hinten sagt, Hey, du interessierst niemanden, es dreht sich nichts um dich. Und im nächsten Augenblick erfahre ich, dass bei euch sich alles nur um mich dreht. Also guck mal, Vanilla, wir treffen uns morgen an deinem Anwesen, sagt meine Uhrzeit. Ja, du weißt doch, 20 Uhr, 30, 21 Uhr oder sowas. Gut, 21 Uhr an deinem Anwesen, wahrscheinlich schon vorher, weil wir eh schon wie die Idioten vorher da sind. Ja, natürlich. Und dann besprechen wir unser zukünftiges Vorgehen. Ja, alles klar. Ob es da alles gut. Ich sag dir ehrlich, guck mal, Leon, ich sag dir ehrlich, Vanilla hat wirklich die krassesten Ideen auf der Insel hier, aber die Umsetzung scheitert immer einmal wegen seiner Idiot-Truppe und auch, weil er manchmal Sachen nicht bedenkt. Aber du weißt, wie paranoid ich bin. Ich habe seit zwei Tagen ausrotiert und seitdem habe ich keine Fehlerquote gehabt. Also ich sag euch ehrlich, würden wir drei unsere Energien, unsere Gehirnkapazität bündeln, dann würden wir ein neues Universum erschaffen. Ja, schon, schon, schon. Gut, du hast recht, Liam, mach mal einmal ganz kurz die Hände hoch. Ja, super. Mach's nicht, er will ich ausrauben. Nein, nein, ich will nur was gucken, wirklich. Nimm deine Sachen zurück, komm. Ich will nur mein Tablet wieder. Ja, nimm's dir. Okay, ist korrekt. Wie handhaben wir das jetzt, wenn wir diese Differenzen zu haben? Ey, guck mal, Marcel, du weißt, egal wie sehr wir uns abfacken, im Herzen sind wir beide Männer und haben einen Schwanz. Ja. Du musst jetzt ehrlich sein. Was hat Amelie zu dir gesagt? Amelie? Sollst du mich töten, sollst du mich einpacken? Was war der genaue Auftrag? Amelie hat gesagt, dass du Hohernsohn leiden solltest und dich einpacken solltest. Aber das hast du nicht von mir, Bruder, ja? Tschüss dann jetzt. Hey, da gib mir eine Chance, sag mir, warum muss das sein? Warum muss das sein? Du holst es für mein Gains, leide bitte in meine D-E-E-Ns rein. Sie will den Joint von mir haben, doch ich fang sie, wie es hier geht.